Yo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder The Witcher. Wir sind letztes Mal hier stehen geblieben, haben letztes Mal probiert den Fight hier zu machen. Wir müssen wieder mit ihm quatschen. Fight haben wir nicht geschafft. Wir waren einmal, naja, wir waren nicht wirklich nah dran es zu schaffen, aber ich glaube das Beste war gegen drei Leute nur noch. Also, dass es noch drei Leute waren. Allein, dass ich jetzt schon wieder Damage gekriegt habe, nervt ja, ich gehe hin rein. Schnell weg hier. Der wirft hier Feuer auf mich. Was? Ja, das war es schon wieder. Ich bin halt One-Hit, ne? Junge, der macht hier so eine feurige Angelegenheit. Ich habe ein kleines Problem halt. Komm her. Er tp-t sich weg. Ich brauche einen neuen Dings. Ich brauche noch einen neuen. Wir haben ein kleines Problemchen, ne? Ich bin down. Ja. Wie die ja zu dritt reinkommen, ne? Dieser blöde Magier. Der triggert mich. Weil der immer mit dem Feuer auch so auf Range da was machen kann. Da habe ich keine Chance. Ich muss hoffen, dass jetzt wieder diesmal hier rechts gleich einer alleine steht. Aber. Bitte steht hier rechts einer alleine. Ich bin halt down, ne? Ja. Muss ehrlich sein. Ich habe ihn gut gehittet, den Magier. Das Problem ist halt, dass er sich healen kann. Ja. Ich bin down, ne? Ja. Ist das wieder geil? Guck mal, wo er da hinten steht und mich mit Feuer angreift. Was soll ich denn da machen? Es nervt einfach nur, dass ich das nicht hinkriege. Wenn ich diesen Feuermagier down hätte. Ja, okay. Aber das Problem ist, man braucht viel länger. Also man... Oh, hier steht einer auf jeden Fall. Jawohl. Einen haben wir. Aber ich weiß nicht, ob das... Guck mal, wie viel Damage ich kassiert habe während... Ich habe gar keinen Bock mehr. Jo, ich wäre gerade fast ins Feuer gerannt. Jo, er trifft mich, oder? Hat er mich getroffen, während ich... Ich könnte jetzt... Natürlich hat er wieder so einen Scheiß. Ja, ich steppe von irgendwo random. Ach man, es hat halt so gut angefangen mit dem Kill. Aber ich muss diesen Armbrustschützen holen, wenn der da alleine steht. Das ist ein... Es gibt... Es gibt wirklich Unterschiede, wie die spawnen. Was ist denn jetzt los? Oh, ich bin ausgetappt. Aus Versehen. Aber... Warum will ich das Spiel jetzt nicht? Oh. Jetzt müssen wir wieder da sein. Ja, ja. Perfekt. Ich habe persönlich die Szene geswitcht. Ja, aber ich kann es eigentlich schon wieder vergessen, ne? Guck mal mein Leben an. Mann, der wirft hier so Feuer rein. Ist das nervig. Ich hole erstmal... Ich probiere unbedingt die... Die beiden hier zu rollen. Ja, er hittet mich. Ich wollte doch nur da raus, weil dieser Feuermagier mich da unter Kontrolle hat. Der kann da jedes Mal wieder reinschießen. In den Gang. Und ich kann da nicht ausweichen. Und brenne dann. Na, der Anfang war eh scheiße. Ich darf da nicht... Ich dachte immer jetzt, ich gehe einfach direkt dahin. Weil ich kann mich ja bewegen. Obwohl ich mich nicht sehe. Sozusagen. Wenn nicht das Gespräch vorbei ist. Und da... Oh, ich habe eine andere Antwort geliefert. Egal. Es ist aber so, dass ich... Guck mal, ich kann mich jetzt schon bewegen. Aber ich bin eben halt beide Male in... Ja, ja. Ist das chillig. Ja, gut. Wir haben wenigstens einen. Aber ich glaube, ich werde danach gut sein. Einfach. Guck mal, ich brenne die Edge. Ja. Es ist so dumm. Ich kann nicht mal... Es bringt mir nicht mal was, wenn ich diese One-Hit-Animation habe. Ich sterbe einfach währenddessen. Ich muss diesen Zauberer holen. Aber ich kriege den halt nicht. Weil... Also, ich brauche zu lange, um den zu kriegen. In der Zeit kriege ich zu viel Damage. Aber wenn ich als erstes den Zauberer habe. Wenn ich den One-Hitten könnte. Dann hätte ich... Könnte ich glaube ich... Könnte ich es glaube ich schaffen. Obwohl es trotzdem scheiße ist. Also es wäre gut... Wenn ich als erstes... Guck mal, jetzt keine Hits bitte. Ja, ich bin auch schon... So auch schon wieder vorbei. Guck mal, ich... Ach man. Ich gehe auf den Zauberer. Ja, ich habe ihn. Aber ich kriege kein Damage, ne? Ich muss hier rein. Ich hoffe, dass der Armbussschütze hier nicht hinten hinschießen kann. Ja, ist das geil. Nein, 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 nein. Ich schaffe es einmal, den Magier zu holen. Und dann sterbe ich so. Das kann nicht wahr sein. Was passiert hier? Ich hole den Magier. Ich habe mich so gefreut. Und dann... Passiert einfach das. Ich habe auch das Gefühl, dass meine Tränke gar nicht mehr wirken. Obwohl das da noch steht. Es ist nur einer da. Schnell. Ich bin so am Arsch. Warte mal, wo bin ich? Ja. Ich kriege ihn nicht mal gehittet. Jawohl, den haben wir. Aber ich sagte, ich brenne gleich wieder. Ich bin tot. Ich weiß nicht von wo. Von einem Armbussschützen oder... Ach, Mann. Dann wollte ich raus, den Zauberer holen. Der TP hat sich dann weg. Da kann ich nichts machen. Wenn er sich weg-TP hat. Keine Chance. Jetzt ist das nervig. Okay, wir haben einen, aber brennen. Wahrscheinlich sind wir jetzt... Ja, guck mal mein Leben an. Den nächsten, aber das Problem ist, ich bin ja tot. Ja, ich bin wirklich tot, ne? Ja, ist das geil. Ich mache zwei One-Hits. Und bin trotzdem dauernd, weil ich währenddessen einfach eingeriffen werde. In diesem blöden... In dieser blöden Animation sterbe ich einfach. Ich dachte, ich könnte da kein Damage kriegen am Anfang. Aber das habe ich ja schon... Also, der letzte Woche habe ich es auch schon gemerkt, aber davor auch schon mal irgendwann. Ach, Mann. Ja, Mann. Jawoll. Jetzt schnell weg. Ah, geil. Willi, ich gucke mir mein Leben an. Okay, jetzt muss ich das ganz taktisch spielen. Einer von denen kommt. Zwei Hits. Der nächste kommt. Zwei Hits. Ich habe keinen Dings. Nein. Bin am Arsch. Ich komme nicht mehr raus. Ich kann das nicht mehr, weil ich diesen blöden... Diesen blöden A-Zauber gegen eine Kiste mache. Gegen irgendeine Kiste. Ach, Mann. Ah, ich bin wieder ausgetappt. Ich vollidiot. Ach, Mann. Ja, klar. Ja, ich kriege von da hinten noch einen mit. Ich gehe auf ihn. Jetzt bin ich am Arsch spätestens. Ah, ah, chillig. Vielleicht bin ich auch einfach zu schlecht für den Fight. Mann. Was muss ich... Also, sobald ich diesen Dings mal einen First-Hit-Down kriege, den Zauberer, dachte ich, es ist easy. Aber dann... Ach. Läuft das einmal so schlecht. Dann kriege ich einmal den Arter nicht richtig hin. Ich bin halt dann auch gefangen in dieser Bude da. Oh, ich kann ja looten. Das ist ja geil. Ja, sonst noch Wünsche? Ja, warum bin ich schon wieder halb tot? Ich glaube, es wird zum neuen schwierigsten Fight. Und das Blöde ist ja, dass ich an dem Fight davor auch zwei Folgen oder so dran gehangen habe. Es ist so dumm. Weil es so... Weil es so viele sind, die auf einmal angreifen. Mit diesen Armenbrustviechern. Was richtig strong wäre eigentlich. Ja, aber bitte. Warum feiten wir da unten? Da, wo ich... Guck mal, der... Okay. Wir haben gut welche down. Wir haben auch noch gut viel Leben. Die beiden kommen jetzt hier an und wollen Stress. Komm schon. Okay, wir haben den, aber ich kann nichts versprechen. Hier kommt so eine dumme Ambrus angeflogen. Komm her, Junge. Es könnte... Aber ich will nicht zu früh was versprechen. Ja, okay. Wehe, ich kriege da jetzt Pfeile ab, ne? Ihr seid eine Schande für das Kaiserreich. Schild Träger, nach vorn! Oh, ne. Ich geh down einfach. Ich geh einfach down. Hier bin ich gestorben. Mann. Mann. Ich dachte, ich hätte es jetzt. Und dann kommen da einfach zwei Schildträger. Aber ich weiß auch wirklich nicht, wie ich gestorben bin. Habe ich geblutet? Komm, zingeln! Ich lebe der Kaiser! Ich lebe der Kaiser! gepäht er sich gar nicht weg ne der penner hielt sich einfach nur nein ich weiß nicht, bin ich mal warum ich gestorben bin der hat dann nur seinen Zauberstab gewedelt und ich hätte ihn fast selber one hit, ne ist das nervig ich dachte, wirklich, ich hab's eben ich dachte, ach, sind doch nur noch zwei Armbussschützen und dann kommen da plötzlich so zwei Dings an das heißt, eigentlich müsste ich bis die neuen kommen ah, ist das geil geil, dass ich tot bin ähm ich müsste eigentlich den Magier und alle Armbussschützen holen und dann kann ich sogar wegrennen vor denen theoretisch am Ende so, also zu heilen ich versteck mich ja nur da drin, weil diese blöden Armbussschützen mich sonst killen und der Zauber natürlich auch ähm aber ich weiß auch nicht ich muss ihn hier holen ich muss ihn hier holen ihn hier muss ich holen komm her komm her naja geil, dass der Armbussschütze da ist nein ihr habt's gesehen, ne ich will es gar nicht nochmal sagen dass diese verdammte Kiste im Weg steht es ist genau das gleiche passiert ich will nicht sagen, dass ich es geschafft hätte hätte ich den Arter nicht gegen die Kiste gehauen aber ich wäre auf jeden Fall nicht wieder sofort gestorben ich hätte den einen dann noch unter Kontrolle halten können und der Magier ja, der wäre halt auch da gewesen aber keine Ahnung brenne er fällt mir gerade wieder auf, ne ja, Junge, er hat nicht mal zum Schlag ausgeholt ich bin down ich probiere einfach jetzt irgendeine Scheiße aus es ist echt nicht mehr schön ich will auf jeden Fall eigentlich nicht mehr in die Höhle aber das ist ein guter Spot um die beiden Schwertkämpfer auszuschalten aber was bringt mir das, wenn dann da zwei Schildtypen ankommen ich habe das Gefühl, dass es sogar drei waren aber ich weiß nicht also er war auch dabei das habe ich gesehen aber ich meine jetzt von den Schildern gut, das sind nur zwei gut, den haben wir aber das bringt uns auch nichts weil wir jetzt halb tot sind guck mal ja, hier ist auch einer ja, nee, ich wollte gerade sagen wie spaßig das ist wenn der eine Armbrust in der Hand hat und aufs Schwert wechseln und ich ihn stunne das ist immer richtig geil das hat mir gerade das Leben gekostet aber eigentlich ist die Strat nicht schlecht mit dem immer hin und her dann schießen die wenigstens nicht mit der Armbrust auf mich aber ich kriege halt auch keinen Down gerade und wenn ich dann diese Animation habe um einen Down zu kriegen dann bin ich halt halb tot ich habe ja eh nicht mal elfte Leben äh, nicht mal volles Leben meine ich elfte Leben habe ich hier steht keiner was ist das für eine Scheiße das ist dumm ich habe keinen gestunnt ich habe an allen vorbeigeschossen wie kann das sein das ist doch nicht möglich das ist doch nicht möglich nicht möglich das ist doch nicht möglich dass es nicht mal so eine andere Möglichkeit gibt dass ich so ein 1 gegen 1 mit ihm machen kann den haben wir aber wir sind halt tot, ne? er ist down ah, ich auch, geil ich glaube er war schon nach dem ersten Schlag down, oder? ich habe es überhaupt nicht gecheckt als er dann down war der lag da plötzlich so ich habe auch nicht gecheckt dass ich down war weil ich dann wieder die ganzen Pfeile kassiert habe es bringt halt auch wirklich nichts, ne? man braucht für diese Armbuss-Schützen zwei Art auf der hohen Kante damit ich, ähm guck mal, wenn er jetzt switcht eins bringt überhaupt nichts zwei er liegt der blockt guck mal, bringt nix brenner ist ja übel geil Kumpfzauberer trifft für 68 ist das geil ich weiß nicht, was ich noch machen soll ach, guck mal jetzt er ist halt One-Header das bringt mir auch nix, ne? was kassier ich denn für einen? ach, geil ich habe irgendwie gerade von 20 Damage gekriegt ach, man warum kannst du denn nicht mal laufen hier? ich habe mich so gefreut als ich nur noch zwei Bogenschützen übrig hatte, ne? nicht mal ein Safe-Spot das war so schön ich könnte mit Flächendamage doch ich gut was schaffen, ne? aber ich darf ich finde es halt hier scheiße dass ich hier direkt welche reinkriege ja sonst noch Wünsche? der Typik kassiert gar kein Damage ich habe jetzt schon keinen Bock mehr zum Glück bin ich tot, Alter ich kann das nicht mehr ich hänge da jetzt wirklich schon zwei volle Folgen dran an dem anderen weiß ich gar nicht wie lange also eine ganze Folge auf jeden Fall vielleicht waren es insgesamt auch ne ich habe keine Ahnung mehr wie lange ich für das andere gebraucht habe ich habe auch das Gefühl dass das hier schwerer ist als das mit dem H-H-H-P-N das dachte ich ja bisher wäre das Schwierigste er chillt einfach hier kann das nicht mehr der Magier der Magier hatte nur noch einen H-H-P die standen aber auch zu dritt, ne? hätte ich den Magier ganz früh down gekriegt, ne? das wäre so schön also ich finde ich finde den Kampf ja guck mal aber das ist doch so dumm ich bin ja down ich weiß nicht mehr von wo ich jetzt Damage gekriegt habe es muss ja eine Armbrust gewesen sein aber es kann doch nicht wahr sein und vor allem hatte ich zwischendurch auch dieses guten Spots wo der Armbrustschützer alleine da stand da rechts aber aber ich konnte die auch nicht nutzen und ich weiß auch wirklich nicht wie ich das dann gegen die Schilder mache, ne? er kommt hierher das finde ich gut ich hasse diese Armbrustschützen ich denke jedes Mal ich stunne die und dann haue ich die kaputt aber nein die stehen da ganz normal und blocken den Schlag und wenn ich blocke verliere ich übrigens gefühlt die Hälfte meines Lebens mit so einem Schlag Dings kann ich wahrscheinlich nicht mehr blocken es gibt wahrscheinlich auch die Strat dass ich mit wahrscheinlich ja ich habe eine Idee aber ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf das ist Gucken wir jetzt ins Magier. Und down. Uh, ja. Das ist ja schön, ne? Also es macht richtig Laune auch. Richtig viel. Also was für's Quellen-Zeichen ist es, glaube ich. Weil dann kann nicht von der Armbrust getroffen werden. Aber ich bin halt eben mit der nicht mehr reingegangen, ne? Mit dem Quellen. Ach. Ach, guck mal. Ja, nice. Er hat's aber schon weggemacht. Ich muss Dings wieder drauf machen. Muss das Quellen wieder reinmachen. Es ist so schwierig, dass die ganze Zeit hin und her zu switchen. Ich seh' den da hinten. Der hier. Ich geh' erstmal auf die hier. Junge, er trifft mich. Ich hatte doch noch Schild, oder? Ich geb' noch einen letzten Try. Danach hör' ich auch auf diese Folge. Also ist's. Mit dem Quen könnte das das sein. Aber das Problem ist halt, ich krieg' dann überhaupt kein Down, wenn ich auf Quen gehe. Hier. Ich muss eigentlich direkt am Anfang einen holen. Guck mal, wenn ich jetzt hier rechts den Magier hole. Ja, aber es bringt mir nicht wirklich was, weil ich jetzt wahrscheinlich wieder Half-Life bin. Aufmesser! So, jetzt hol' ich erstmal die beiden hier. Ja, okay. Jawoll. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass der Letzte mich nicht holt. Aufmesser! Oh mein Gott! Ja, er steht direkt in mir. Warte mal, ich hab'n Problem. Ich brauch' wieder Quen. Okay, ich will... Ich hab'n den Plan. Aufmesser! Ich kann nichts machen. Ich hatte'n Plan, aber ich kann nichts umsetzen. Ich hab' gesagt, das ist die letzte Runde. Also ist die letzte Runde. Es nervt ein bisschen, aber ich kann halt wirklich nichts machen, ne? Die sind zu stark. Wir laden nicht den aktuellen Stand, da hab' ich keinen Bock mehr drauf. Und damit war's das mit dieser Folge. Wir haben keinen Fortschritt gemacht. Wir haben erfahren, dass zwei Schildtypen kommen, sobald wir nur noch zwei Gegner übrig haben. Das hat uns schon mal ein bisschen was gebracht. Aber wir sind halt nicht weitergekommen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein! Ciao, ciao!